Im Schatten der Felsburg weidet derzeit eine Ziegenherde. Unter Aufsicht von Beweider-Eckerhard-Roger sollen die Ziegen das Gelände rund um die Burg vom Wildwuchs befreien. Das freut insbesondere die Mitglieder des Felsberger Burgvereins, die sich ehrenamtlich um die Instandhaltung der Burg kümmern. Denn während es für Menschen schwierig ist, die Steilhänge an der Burg zu mähen, klettern die Ziegen den Berg mühelos hinauf und hinunter. Und das Gestrüpp schmeckt den Tieren besonders gut. Auch wenn es zwischendurch mal etwas Brot zu futtern gibt, die Ziegen haben genug Appetit. Das Gelände, das etwa so groß ist wie ein Fußballfeld, grasen sie innerhalb weniger Tage ab.